Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer, immer noch am gleichen Tag, am 6.12.2020, also Nikolausi. Ja, Bayern ruft Katastrophenfall aus und verhängt Ausgangssperre, gibt noch viel mehr. Allerdings, natürlich muss ich das jetzt wieder hier satirisch oder mit meinen Satiren beleuchten. Wer es denn schauen möchte, gerne bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Tja, den entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann hoffentlich bis gleich. Tschüss.